Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Wir spielen wieder drei, sind ja noch in Krähenfels und wollten uns ja mit dem blutigen Baron im Niederwirt treffen und dann mit ihm zusammen in den Buckelsumpf reisen. Er will nämlich seine Frau Anna befreien. Und wir wollen hier erstmal benutzen, fängst du auch Mäuse? Ja, auf jeden Fall. Natürlich fangen wir Mäuse, so eine wie du eine bist. Komm her, du Mäuse. Wir werden jetzt hier Schnellreisepunkte benutzen, um so schnell wie möglich da hinzukommen und diese Sache mit den Baronen auch, ich schätze mal, es wird das Ende der Geschichte sein, dann zu Ende zu bringen. Warum kommt Mama nach Hause? Tja, hoffentlich kommt sie überhaupt nach Hause. Tja, das weiß man hier nämlich nicht. Das weiß man nie, ja. Warum drücke ich immer auf Laufen? Dem ist doch schon lange die Luft ausgegangen. Ja, weil du ihn so schnell laufen lässt. Weißt du, ein leichter Jock ist das Richtige. Dem geht so schnell die Luft aus. Naja, jetzt kann er schneller reisen. Direkt nach Niederwärter. Ich dachte, so ein Hexer wäre besser trainiert. So, wir gehen nach Niederwald. Da sollen wir ja den Baron mit seinen Leuten treffen. Ja. Was ist passiert? Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Tja. Alle sind durchgedreht, übereinander hergefallen. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder. Der Geist des Waldes. Er rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten. Treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Getreller nicht enträtseln. Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Das ist ein Zorn, ein Idiot. Herr, das haben sie auch gesagt. Über die Stute meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die Hexenjäger. Ach so, die Hexenjäger. Sie sind hier durchgebrochen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihnen geritten. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Klar. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Tja. Ich habe fast befürchtet, dass so etwas Ähnliches passieren will. Du auch? Ja? Hey. Was denn? Ich habe so etwas befürchtet, du auch? Ja, allerdings. Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verpaulen. Was ist das Bauern das Hirn verpaulen? Scheiße. Was werden sich diese Lappeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, genau. Ja. Verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Von wegen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Oh, mein Träum weiter. Aber das haben wir zu verantworten, weil wir den Geist befreit haben. Ist ja klar. Ja. Ja. Ich glaube, Hannah ist sowieso nicht mehr zu helfen. Hannah meint es zu helfen. Hannah meint es zu helfen. Hannah. Wir wollten wenigstens die Kinder retten. Das stimmt. Und Hannah habe ich gar nicht gedacht. Ich habe noch die Kinder gedacht. Naja, der konnte mir sowieso nicht helfen. Falsch. Ah. Ja. Also dieses Mal. Ne. Aufpassen. Aber ich kann ja auch schlecht gehen. Alle zusammen! Zu schnell! Puh! Puh! Die. 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 Die enemies. Schönheit, oder? Findest du gar nicht so schlimm? Was? Na, das ist dieses Pferd da, das wir befreit haben, das die ganzen Leute alle abgemobst hat in dem friedlichen kleinen Dorf. Ja, aber was hätten wir denn machen können? Zeig dir uns dann, wer hier das Sagen hat. Das war uns schon klar, dass wir den 2.0 BZ-Buch austreiben. Nee. Ausgetrieben haben wir eigentlich gar nichts. Wir haben nur versucht, wenigstens die Kinder zu retten. Aber, dass das ein üblis Monster ist, das haben wir ja auch im Buch gelesen. Also können wir uns nicht alles ehem, wir hätten nichts gewusst. Ah. Oh Mann. Das sind so ein Weib. Genau, so ein Wasserweib. Ja. Und ich hab gar nicht gemerkt, dass da Moda heute dazwischen war. Was war das? Wasserweib. Wir sind uns natürlich um die Ohren geflogen. Wo kommen solche Ungetüme her? Ja. Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Und Wasser. Wasser. Deswegen heißen wir auch Wasserweib. Wenn du mal was trinken lassen willst. Was ist das? Ja, ich bin eigentlich immer noch ein bisschen, ich muss sagen, so platt vor dem armen Dorf da. Also was denn mit dem Dorf passiert ist. Auf der anderen Seite, was soll's. Das stimmt schon bis recht. Ah, fucking. Was ist das? Ja, ich muss ja mit. Ja, klar. Okay, weiter geht's. Warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Ich bin... ...de... ...um! Noch jemand? Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter. Du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung. Oh nein. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren. Niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann. Ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Der Zweitbeste war's doch nicht. Das ist eure Sache. Da will ich mich hier nicht einmischen. Oder wir sollten Anna finden. Ich würde sagen, wir sollten Anna finden. Ja, genau. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in Dreiteufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe fünf Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Ich meine, der Baron hat sich seine Tochter wirklich redlich verdient, so wie sie jetzt ist. Ja. Keiner zu Hause erwischt, scheint er. Noch nichts. Ich glaube so nicht, dass das lange sie bleiben wird, oder? Nicht wirklich. Nicht. Hier drüben! Ja, was denn das? Was ist das? Schuss! Oh! Ma! 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 Soll ich einfach anna, oder? Oder? Keine Ahnung. Mutter? Ist jetzt ein Wasserweib geworden? Sieht ganz so aus, oder? Ist sie es wirklich? Nein! Unmöglich! Wir müssen etwas tun! Was soll er jetzt tun? Sieht ganz schön schlimm aus, oder? Man, lassen Sie sich etwas einfallen! Ja. Da kommt etwas! Passt auf! Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit! Ah! Ja! 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 Genau! Ja! 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 Ja, ja! erst mal alles einsammeln was hier so rum licht halt die klappe du kackbratze wie der berliner sagt heute gelesen das immer hier so wunderbar ja der berliner schreibt wenn keine berliner wir leben aber hier schon so ich glaube ich habe hier alles soweit eingesammelt gehen wir mal suchen hansi ach hansi ja das kann ich doch uns wohl erzählen ja die hat die bestimmt versucht die haben die anna weil sie wissen dass jemand kommt um sie zu befreien die sind doch sowas von lästig diese flieger der ertrunkenen toten ich wusste gar nicht dass tote auch ertrinken können mann sie heißen ja ertrunkene tote also werden die sich in grad kreislauf wenn sie das auch ein wie viele denn du musst du musst das ach man ich weiß gar nicht warum hier immer der donner ist wenn ich schwalbe trinken will. Hast du wieder Donner getrunken? Ja, jetzt habe ich wieder Donner gemacht. Die Ausdauer hat auch ein bisschen geholfen. Da liegt noch was. Wo sind sie eigentlich? Wo ist Hansi? Hallo, Hansi. Hansi. Kleiner. Hansi. Ich will aber sehr vorsichtig sein. Kleiner zu Hause. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Naja, auch vor dem Boden wahrscheinlich. Mann, erschreckt mich nicht so. Ach, das war doch nur eine Habe. Na, dann kommen wir mit ihm herlaufen. Seine Füßchen. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Das stimmt vor dem Boden. Würde uns ja nicht wundern. Ist aber teilweise etwas schlecht zu sehen hier. Hat ja auch nur kleine Füße. Oh, hier ist ja ganz gut zu sehen. Aber hier knurrt irgendwas. Ich glaube, ich trinke lieber mal ein bisschen Wasser und speichere mal. Ja, sicher ist sicher. Oh, das klingt gar nicht richtig gut. Ich sehe keine Spuren mehr. Ist auch ein Baum, Hansi. Ich sehe nichts. Tja. Oder ist er wieder zurückgelaufen und irgendwo abgebogen? Und ich bin hier auch am Ende der Spur und am Ende vom Suchkreis. Und dann wären wir wohl weiter. Hm. Vielleicht ist er zurückgelaufen auf seinen eigenen Spuren sozusagen und hat sich dann einen anderen Weg gesucht. Tja. Ist irgendwo abgebogen? Schlau genug ist er eigentlich, dass man ihm sowas zutrauen könnte. Wir laufen hier immer am Rand vom Suchkreis entlang und jetzt sind wir wieder bei seiner Höhle. Da kann man natürlich nicht streiten. Aber irgendwo innerhalb von dem Suchkreis müsste er ja sein. Hm. Was knurrt denn hier immer so? Ja, das frage ich mich auch. Guck mal, da ist ein Bauch von irgendjemandem. Vielleicht hat ihn da irgendjemand gefressen. Guck mal, da ist doch so eine Quelle wieder, so eine Geräuschquelle. Ja, ja, ich gehe gerade drauf zu. Aber ich möchte lieber im offenen Gelände sehen, was es ist. Kann ich gut verstehen. Aha, was ist das? Das poltert aber ganz ordentlich hier. Ja. Was ist das denn? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Man, das sieht ziemlich groß aus, ne? Ah, was, wenn ich wüsste, was das ist. Das ist mir kein Tor, äh, also weg, nix, wie zurück. Ich glaube, das ist nicht Hande. Kein Art Genius. Nicht hin zu weg hier. Nein, nein, abhauen. Aber ich glaube nicht, dass das... Ne, das hat nicht so ein Hande zu tun. ... irgendwas mit Hansi zu tun hat. Ne, bestimmt nicht. Ich meine, das ist ja vom Level her... Ah, nee, wo ist denn der... Tja, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Höhle. Oder ist wirklich auf dem Baum. Und da müsste man vielleicht so reingehen. Was kutzt denn hier noch? Na, das ist der Erdgenius. Da kutzt ja noch irgendwas. Wir sind ja erst im Erdgenius gefördert. So laut ist der wahrscheinlich. Oder? Tja. Hansi. Na gut. Wo bist du? Los, komm raus. Ich will sagen, wir machen mal Schluss. Das gibt's doch gar nicht. Können wir nämlich ganz gut im Augenblick. Ist nicht ganz ungünstig. Ja. Könntest du aber wieder zurücklaufen zur Höhle. Das machst du jetzt, oder? Ja. Na ja, dann kannst du dich davon... Jetzt bin ich wieder an der Höhle. Ne, ne. Gut, wir machen Schluss. Können wir mal aufs Reden gucken, ob wir den nicht finden. Dann kann er nämlich auch nicht suchen. In aller Ruhe. Genau. Und die Zeit ist sowieso erreicht. Na gut. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.